herzlich willkommen zur let's play robocraft die erste folge hier und wir sind nicht alleine wir haben zum einen den tagless ich grüße dich hallo und zum anderen den carnifex ich grüße auch dich hallo und ja wir haben uns mal dazu entschieden hier robocraft mal zusammen zu machen ich wurde mehr oder weniger auch mal dazu gedrängt aber früher oder später hätte das sowieso machen wollen müssen tun können und ja jetzt erst mal im 3er team und zwar machen wir erstellen wir erst mal unser 3er team so dass wir das erstmal nicht vergessen haben dann werde ich erstmal hier in weit zu platt tun der carnifex wurde eingeladen und dennoch den tagless also carnifex ist denn der licori also den kennen wir ja schon aus ftb und der weiß gerade noch nicht wo er das anzunehmen hat aber gut für carnifex ist es teilt das erste mal also für ihn ist es das erste mal dass er hier robocraft spielt ich habe ihn so vorgeschlagen gehabt und ich bin dann so mehr mittelfeld und dann haben wir noch den tagless den absoluten ober pro der hier wirklich eigentlich alles kennt also der hat auch schon seinen tx hat er ist ja ganz gut dabei kann ja mal kurz im ranking system gucken wo er gerade steht ja genau tier x ist er bei 8 millionen und 999 also das ist schon eine bemerkenswerte zahl und ich düppeln halt bei tier 10 irgendwo ganz weit unten rum also ich habe jetzt gerade null überall weil ich habe eine ganze lange zeit nicht mehr spielt ihr habt aber gut da komme ich dann auch wieder hin so ja wir bauen jetzt erstmal unsere kiste hier zusammen und denn also wir fangen dann mit dem tier 1 weil die ist ja auch noch tier 1 und die können wir ja so nicht mit dem sonst also machen wir hier mal erst mal ein paar blöcke und bauen uns mal unsere kiste zusammen licky kommst du klar ich komme klar ja ich beschaffe ich beschäftige mich gar mit ganz möglichkeiten aber ich glaube am anfang habe ich jetzt wirklich viel ja das erhöht sich denn pro level dann halt du kriegst ja auch noch dann halt hier diese pflops die denn oben links zu stehen sind die kriegst ja dann immer mit jedem level dazu also level ist ja auch noch auf die auf level 60 bin ich jetzt zum beispiel bei 1252 pflops okay das sind halt die blöcke also die anzahl was du alles so anbauen kannst jedes teil hat dann so unterschiedliche pflops wie sagt man kapazität diese sind verbraucht cpu verbrauch cpu verbrauch genau ach na klar da steht da oben cpu danke so ja wir brauchen aber räder muss dazu sagen wenn du kipps machen du steigst du sehr schnell im level oft wenn du schaden machen tust dann kriegst du sehr viele rp spotten hier punkte sprich du kannst mit wenn du jemanden einvisierst kannst du spotten wo er eben mit dem radart machte dann selber und mit f solltest du dich umgedreht haben einfach die f-taste drücken aber bitte nicht im feindfeuer weil du bist denn 10 sekunden lang kannst du dann gar nichts machen kriegt alles super schön war ja ich brauche mich gerade wo ich schieße wenn es darauf ankommt immer die maustaste einfach nur die linke maustaste so und sorgen uns noch waffen wenn ich drücke immer auf diese tabtaste da kommt man an diesem müsst dieses menü renn so hardware wir brauchen waffen und zwar die einfachsten smg die die überhaupt gibt also immer auf den cube depot und dann holen wir uns mal hier so 6 smg ist eigentlich reichen ich muss auch aufpassen dass ich jetzt nicht auf tier 2 hoch stupe hoch schießt denn nur weil jetzt sind die waffen dafür ansätze 8 8 die dinge brauchen ja hier dass ich mich hier wieder rennen finden ich glaube ihr teckels muss auch mich dann begeiten wir bauen erst mal wir bauen erst mal hier unsere kiste zusammen und dann sehen wir ja also es wird ja so ein bisschen dauern hier bis wir dann soweit sind und ja noch wirklich einfach mal der beste daraus du bist fertig schon er stimmt ja du hast ja nicht viel zu machen da das dein glück jetzt hier ecke düppel und mit meiner ersten kiste rum muss ja jetzt keine schönheit wären nur funktional na 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 anpassen kannst du immer noch schild blöcke kann man ja noch nicht aufsetzen hier die haben höhere level gott sieht man die kiste scheiße aus so jetzt brauche ich erstmal die waffen noch schildet gibt ab level 2 und die hat auch nicht immer die sind erst später dazu gekommen die fingen eigentlich mal ob die drei an so mehr waffen haben wir nicht wir könnten aber noch ein bisschen dran brauchen hier in unserer kutsche aber noch ein bisschen was frei und zwar nehmen wir mal die amort von den tier 2 auch hier muss ich meinen pilotensitz einbauen dass ich da irgendwie rausgeschossen werde ohne pilotensitz kannst du ja nicht erst starten ich meine er ist schon da aber muss ich den überdachten oder irgendwie einbauen damit wäre schön wenn du ihn nicht gleich weggeschossen so ein bisschen panzer und noch für setzt hier da muss ich aber hier da muss ich aber noch ein bisschen arbeiten hier ist ja alles andere schön kriegt man auf tier 2 nicht noch die hauerteile nennen techless ja aber ab t2 danke so ja ich bin dann auch stark aber es sieht so pervers schlecht aus auch du brauchst auch noch ein bisschen zeit wieder ok dann warten wir und ich baue mich dann noch hier kurz ein dass ich dann wirklich nicht rausgeschossen werde ok jetzt ist es schon tier 2 der problem auch immer anfang hast du immer das problem dass du nicht wie du für diese nette kommt er hat aber daran bauen und später hast du das problem wenn wir ein kleinere level durchstößt das nicht zu viel daran das ist das problem ist es ist was ich vergessen habe noch jetzt mal kurz ein andere thema noch schnell ich habe vergessen hier noch einen soundcheck zu machen ich weiß ja nicht ob ihr zu verstehen seid äh ich werde einfach mal hier die ton weiter höher drehen ich weiß nicht ob es funktioniert auch bei dem ähh bei den systemen also nimmt ja auch den systemshorn mit auf und drehe ich hier einfach mal ein bisschen leiser und dann müsstet er wieder passen sagt man was hallo gut alles klar oder spielt einer von euch nicht mit kopfhörern ich ok also wenn licky was sagt dürfen wir nicht dazwischen funken ansonsten hören wir uns selber habe ich mitbekommen ja licky verteidige dich so jetzt bin ich auch wieder soweit naja ich bin schon wieder level tier 2 ihr kriegt mit hammer sehr schnell hin so fertig gott sei dank gut ok dann drückst du eben mal e und dann b dann können wir ins gefecht starten ja some cubes are not connected to your pilot seat ok escape war das erste problem äh ja stimmt ein paar blöcke müssen denn mit dir mit dem mit dem äh pilotensitz verbunden sein und sonst funktioniert die ganze nicht hast du unter dem sitz hast du da blöcke oder hast du freischwebende blöcke die irgendwie rot angezeigt werden ähm ich hatte blöcke vor meinem pilotensitz so windschutz prismen die hab ich jetzt weg mal äh waren die mit dem recht des fahrzeug verbunden die waren eigentlich mit dem fahrzeug ne 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 passt schon dann so hab das ganz kurz im moment ok äh jetzt hab ich aber auch alles ausgereizt was ich so rennen klatschen konnte jetzt hab ich jetzt hat das gut you got it willkommen im club und denn jetzt los alles klar da zwei ach warum 321 mensch wir können ja gleich e und dann b und los jetzt also ich bin schon im äh waiting for standard battle bildschirm und so ich weiß nicht wir haben es ja so schulden die garten wenn man auch jemanden ne bei mir jetzt los denn da bin ich halt angezeigt so wir sind so alle hier ja wir sind alle im team eigentlich hast du noch premium sag mal ich hab's gerade er sagt er gab es und auch nicht da wer erholt wird du nördiger nörd gibt mir auch premium so wo seid ihr denn hier ich sehe ich nicht kommt der einzig prämen und dann teamet die einzig an die nördiger nörd die a wie er sagt spart halt extrem anzeigen ja äh ich sehe euch nicht ach kann ich fixe ich aber wo ist teckles soja typische pvp gegen ein team vernichten oder die basis einnehmer wo ist teckles kann die warte immer noch auf mich kann also ich habe eine eigene schlacht warum bist du nicht im team du bist doch hier wo bist du denn ich fahr hier gerade zu dir ach da hinten ist er ja okay jetzt taucht er auf alles klar wenn du es dir hast du ja gebaut ach so ja du hast jetzt nur die standardkiste ein bisschen verändert okay die lichter kannst du beim nächsten mal wegnehmen eigentlich die sind so nutzlos wow ja wir wüssten uns mal langsam in der schlacht beteiligen aber wir fahren erstmal wieder zu teck was machst du denn da ich komme immer weg warte ach ja hier gibt es ja nicht hier gibt es ja kein wegschieben oder so also keine ragdoll engine oder so ach ragdoll engine sag ich schon geht nix oder oder jawoll na endlich was ist das denn oh feinde fokus feuer auf den kleineren davon gut fokus feuer auf den größeren alles klar der hat gelitten ha 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 da hat leiden wenn er in die karpagrik könnte er nur fangen hat haben oder haben wir jetzt sind wir erst mal zurück zur gegner basis bei den leben ja nur noch 2 und dann nehmen wir da mit ein ich hab aber schon einiges verloren hier also ich hab jetzt nur zwei schütztürme hier bei mir die steuerung ist aber sehr direkt ja die ist sehr speziell ja also darfst du beim lenken darfst du nur tippseln so schaffen wir hier runter zu fahren ohne uns um zu reden jawohl ja wie gesagt hier den ersten sieg haben auf jeden fall schon mal eine fahren will der jetzt noch gegen so viele lebende spieler machen der g 0 1 gedulden stingsbums da naja wie ihr sagt ihr schafft hamburg zum übernehmen kam er nicht mehr da waren die anderen schon viel zu schnell aber war eine schöne erste sieg jetzt hier habe ich was gekillt bis ich nicht steht einfach bei dir ja jetzt eine stadt juhu ja drei es ist kein kühl ja gut licky dann sagst du bescheid wenn du so weit bist vielleicht kannst du ja noch ein bisschen rumprobieren da und dann nehmen wir auch gleich also in jetzt noch gleich weiter doch lass gleich weitermachen machen wir weiter okay eb mal sehen was wir jetzt kommen sind das immer nur so kurze matches oder gibt es ja 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 15 minuten wird jetzt aber demnächst hier ändert da musste mal auf die news gucken da war bei 10 beim news kanal der erklärt in bohren kürzen videos was sich da alles ändert ist aber machst du gerade werbung für einen anderen channel nein nicht werbung es ist derjenige mir auf dieses spiel gebracht hat hat er seinen eigenen channel ja deswegen habe ich ja die news kanal patrick okay okay der karni ist die teckel ist diesmal als erstes gekommen was ist das so kann ich müsste jetzt auch gleich auftauchen hoffig ich bin jetzt hier noch in diesem waiting for standard battle im bildschirm mhm ach guck mal der geht ja auf ist er wieder auf der gegnerseite ja toll die kommt von links x ist garland warum tauch ich denn nicht auf kann man kürzer oder länger dauern aber eigentlich müsstest du mal bald kommen oder sollen wir schon ohne dich loslegen ja macht ohne mich ich finde wir schon mal machen wir reservo und dann passt auch wieder so na gut starten wir erstmal hier durch sehr schön hat aber schon wieder weg knuspert hier nicht hinter mir stehen bleiben deckt es nicht hinter mir stehen bleiben dann komme ich nicht weg technische schwierigkeiten ihr habt jetzt aber wieder in unseren schiffchen und ja wie gesagt ihr habt ihr ich habe ein bisschen mist gebaut gehabt und zwar ist mit den so ein teil der aufnahme futsch gegangen und ja wir waren jetzt letztens auf dieser map hier also auf dem mars wüsten gebiet und da sind wir nicht ganz so siegreich rausgekommen einerseits sind wir dann halt nicht mehr zurück zur basis gekommen und wir wurden dann weggecaptured andererseits sind dann auch schon viele viel zu viele bei uns trophäen ja wie gesagt für die erste folge reicht das hier auch erstmal wir sehen uns in der nächsten folge wieder schön teilen liken kommentieren und abonnieren da bin ich dann nämlich sehr glücklich Also lasst euch jütjen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi. Ciao. Ciao.